Okay, Sie fahren jetzt extrem vorsichtig da vorne auf den Kundenparkplatz des Supermarktes, stellen Ihren Wagen ab und gehen zu Fuß weiter oder nehmen sich im Taxi. Danke. Ich merke mir Ihr Kennzeichen und sehe nachher nach, wenn wir fertig sind. See you again. Cheese. Anything else? Excuse me, madam. This might do the trick. Oh. At Caltex, our staff will do whatever they can. Thank you so much. You're welcome. To help make your life a little easier. Caltex. Nice and easy.